Hallo Leute Warte kurz, du bist zu leise, Schwester Wie hast du das gemacht? Ticker Wie hab ich dich jetzt? Warte kurz Ich hab meine Tasche Du kannst es auch werfen Wie? Bro, ich bin runtergesprungen Wer bin ich denn? Ich darf dich jetzt holen Haha, Genick gebrochen Wer bist du? Scheiße Oh, ich hab mein Schwert weggeworfen Oh Rek Oh Nein, ich dachte ich wär cooler Was ein spannendes Game Werft das Schwert Wie er fällt Wie kann man das werfen? Rund 2 Fight Oh, ich hab die Dodgeball gefunden Wow Oh ja, ich lieb Ist mein Level Ach, Scheiße Was? Wohin Wohin ich da? Ich hab vergessen wie man springt Oh Ich hab vergessen wie man springt Was soll jetzt? Ich... Ich wusste aber nicht wie ich bin, schuldig Nein Hey Ja Weg hier Hä? Achso, ich hab mich geduckt Kannst du dein Schwert geworfen? Ja, was mach ich hier... Was mach ich hier unten überhaupt? Nein Ja, das ist ich. Du wirst wahrscheinlich fragen, wie ich in dieser Situation endet. Wie warst du das immer versehentlich? Einfach nix gesehen da. Ja! Äh, nein! Ich hab dich aufgemacht. Ja, ich konnte nicht durch. Nein! Geh weg! Ja! Ja, Mann! So macht man das. Rainbow's Invita-Team ist krass rum. Das ist halt so, es gibt nur wenige, die da drin sind. Ah! Das ist so ein Bizarre-Sau. Das ist doch ja ein Mega-Potier. Das ist eine Tür. Das hab ich gesehen. Da war ein Abgrund. Wow, Gamer hier. Ey! Das ist echt so toll. Mann, ich hab mich doch geduckt, du kleines. Ja! Digga! So behindert. Das ist nicht grad passiert. Irgendwann. Da bist du. Das ist meine Lobby. Digga, ich dachte, du gehst nach vorne. Du bleibst einfach stehen. Das ich auch. Nein! Ne! Oh mein Gott! Hab ich dich gezuckt. Junge. Digga, ich mach dasselbe wie du. Trotzdem sterb ich. Nein! Ah! 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 Huh?